Okay Leute, rein geht's mit unserer ersten Boo-Killer-Runde mit Controller. Was eventuell sehr, sehr, sehr budenlos werden könnte. Ich hab schon ein paar Runden Survivor jetzt getriet. Okay. Ja, fuck. Oh, wa... L2? Mit R2 schlag ich. Was machen wir mit R1? Gar nichts? Okay. Ich hab ein ziemlich simples Bild einfach mit dabei. Mit Slowdown und Knowit halt als Endgame-Hilfe. Und da ist halt direkt leider jemand am Traps des An. Das war auch ein Map-Offering, was natürlich sehr, 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 sehr ungeil ist. Aber achtet auf... Auf die Trappen müsst ihr achten. Auf die Trappen müsst ihr unironisch achten, weil die kann sehr, sehr gefährlich kommen. Okay. Dasselbe gilt für die hier. Okay. Warte, wie wollte ich? R1, okay. Wie mach ich das kaputt? Auch R1. Okay, fein. Oh, ihr Widerlichen! Ja, all meine Traps werden jetzt des Amt. Hm. Ich hab natürlich auch sehr, sehr große Probleme gerade. Mich überhaupt zu bewegen? Aber gleich kommt die Trap in Klatsch. Okay, vielleicht auch nicht. Oh, ich dachte schon. Ich hab so auf meinen ersten Hit gehofft jetzt. Ich hab so auf meinen ersten Hit gehofft. Ich bin so stuck. Ich bin so stuck. Ich weiß nicht mal, ob die gut gesettet ist, die Trap hier. Ich versuch natürlich auch ein bisschen zu mindgamen, wenn möglich, aber... Ob ihr es mir glaubt oder nicht, es fällt mir schwer, ihr Widerlichen! Nein. Oh, nein. Ich werd doch so getrollt. Ich werd doch so getrollt. Jetzt move ich back. Und rein da. Und jetzt wird die Trap direkt wieder das Amt, oder? Bitte ein Hit! Oh mein Gott, es dreht sich auch zu sehr! Bloodlust? Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Ey, wirklich, größter Respekt. Ich hab's bei dieser Wahlwahrung schon gesagt, aber wirklich riesen Respekt, wenn man überhaupt was reißt hier mit Controller. Ist, find ich, unfassbar krass. Bin ja jemand, der wirklich nie mit Controller gespielt hat. Beziehungsweise schon mal mit Controller gespielt hat, aber sehr, sehr selten. Und das ist auch unfassbar lange her. Und ich lass mich das so fucking ficken einfach. Aber ich dreh mich leider auch viel zu viel. Ich dreh mich auch viel zu viel! Okay. Aber eventuell wird das noch ein bisschen besser. Steig rein! Nein! Mach keine FOV-Tag oder so jetzt. Danke, Mann. Komm, ein Hook wäre ich schon zufrieden. Ein Hook wäre schon ein Traum für mich! Hoffentlich hast du die Trap hier nicht vergessen. Ja, ha, ha, ha! Ja, komm, dann gebe ich dir, was du willst, Tommy. Du Arsch! Du Arsch! Achso, so pick ich ab. Oh, Mann! Ich wär komplett gebullied! Erster Nowhere Else Deck. Okay. Ha, ha, ha! Let's go! Oh, ich fände es schon so kritisch, zum Hook überhaupt zu gehen. Oh! Den Generator kicken, schätze ich dann auch mit R1 einfach? Ja. Okay. Auf die wird keiner achten, weil die ist sehr gefährlich. Die ist da wirklich... Oh mein Gott, da hat mir jemand zugesehen, oder was? Bitte sag, mir hat niemand zugesehen dabei. Das wäre mir ehrlich gesagt ein bisschen peinlich. Aber, ja, okay. Das haben wir eine Traps einfach. Ist da gar niemand. Oh mein Gott, ich hab das ja gekickt. Ich voll gut. Oh, ich verdrück mich die ganze Zeit hier. Oh Gott. Oh Gott. Ähm... Ja, kick doch! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich fress dich auf! Brutal Strength noch mit reinnehmen. Könnte eventuell gut reinballern. Na, du bist doch zu heute! Nein, da ist der andere Safecoil da. Ja, ihr kennt mich allemal! Das sind auch alle Traps des Amt, aber sie läuft nicht dahin. Let's go. Oh, let's go nice. Bitte sag, Basement ist hier. Ja, Basement ist hier. Das heißt, wir können noch alles retten. Mit Basement... Äh, mit Trapper Basement ist halt crazy. Ich verdrück mich wieder. Ja, Bro, try me. Oh mein Gott, da machen wir es halt hier draußen hin. Das ist so eine bodenlose Runde. Das ist so eine bodenlose Runde. Ich schau nochmal kurz rum, dass eh niemand hier ist. Okay, all good. Ja, die werden den Generator da drüben halt einfach durchballern. Okay. No way out getouched. Ja! Kommt her jetzt! Kommt her! Wer will stressen? So läuft es hier nämlich. Auch mal ein bisschen Respekt haben hier. Auch mal ein bisschen aufhören zu wiggeln hier. Ah! So, das hier machen sie schon mal nicht auf. Da bin ich straight up dagegen. Okay. Das andere Gate könnten sie natürlich aber gut durchballern. Wahrscheinlich sogar bis ich da bin, haben sie es. Oh, vielleicht auch nicht. Vielleicht sind sie gerade an No-It dran. Okay. Okay, I see. Let's dodge together! Die Pellet hier ist noch nicht gedroppt. Ja! Okay, nass. Ja, da drüben trapt das Amt. Das heißt, sie gehen gerade ans Gate dran. Okay, fuck, fuck, fuck. Ich spiele! Ich spiele! Das ist das Lappertownie, Lappertownie, das Lappertownie, Lappertownie. Damit hat's nicht gerechnet, oder? Komm, wir lagen hier nicht lang rum. Wir lagen hier nicht lang rum. Hier wird fair gespielt. Das ist ihr Firstdruck, da wird sie nicht so viel leiden noch. Da muss sie noch nicht so viel leiden. Sie wissen, wo mein No-It ist. Und da hab ich gar keinen Bock drauf, dass sie das wissen. Ja, was bringst du, hm? Was bringst du, dass mein No-It da ist, hm? Ja, haha! So sieht's nämlich auch aus. Ich werd' natürlich versuchen, das Gate drüben noch zu preventen. Wird sich aber, glaub ich, nicht ausgehen zeitlich. Ich werd's natürlich trotzdem tryen. Wär schon crazy! Speed up! Ja, schade. Ja, das haben sie. Das haben sie halt. Die T-Bags ist meine erste Controller-Runde. Und ihr fühlt euch. Ja! Ja, ja, ja! So, jetzt erstmal wieder Schweißabwischen von den Händen, weil ich immer so schwitze einfach währenddessen. Das ist crazy. Dann schreiben wir GG hier rein. Nein, nicht, nein, nicht das. Nein. Oh mein Gott, wenn ich meine Tastatur nicht seh, bekomm ich mir einen Anfall. Dann bekomm ich mir einen Anfall. Holy shit! Das war gegen die Prestige 100er Nancy, just saying. Gamer. Gamer-Mode. Wer ist der Gamer-Mode-Guy? Ich bin der Gamer-Mode-Guy. Wer hat direkt ne gute Runde hinbekommen, das erste Mal mit Controller auf Killer? Ich hab direkt ne gute Runde hinbekommen, das erste Mal mit Killer auf Controller. Mit Controller! Och, ich soll die Fresse halten. Leute, 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 es ist over. Es ist over. Oh mein Gott, was für ne Runde. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Untertitelung des ZDF, 2020